Hallo zusammen! Maya3007 hier. Und herzlich willkommen zur Auslosung meines diesjährigen Oster-Gewinnspieles. Es geht hier um das Buch Karambolage von Hermann Bauer. Acht Leute haben bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Die Zettel liegen hier in der Losbox. Mischen, mischen, mischen. Hier habe ich den Winner. Und es ist die Claudia. Claudias kleine Welt. Herzlichen Glückwunsch dir! Ich werde dich dann für Facebook kontaktieren. Jetzt zeige ich euch natürlich, wie immer, dass alle anderen auch dabei waren. Hier haben wir einmal die Tina Schläge. Du hast ja glaube ich schon mal bei mir probiert. Schade, wieder nicht geklappt. Rebecca Reis. Pam M. Den Salvatore 1864. Franzi R. Avocado Girl. Und last but not least. Disturbia Sarah M. Schade. Aber es war sicherlich nicht das letzte Gewinnspiel, das es auf diesem Kanal gegeben hat. Wie gesagt. Claudia, dir nochmal ganz ganz herzlichen Glückwunsch. Und mit diesem Video soll es das an der Stelle dann auch wieder gewesen sein. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen zu einer Rezension wieder. Maya 3007. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf' Vielen Dank.